ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen ich möchte vorher anmerken die codes die ihr da unten seht oder den ein der war in dem sonnemond ultra prisma der ist eingelöst braucht jetzt nicht irgendwie hightech verfahren bilder ranzoomen und auf einmal wieder scharf machen wie bei der cia ach ja wieso mache ich das auf heute geht es darum marschetto schimmerne legenden dreimal schimmerne legenden da fehlt mir noch ein bisschen was von pin kollektionen hinten steht ein text wie erwartet und dann machen wir den ist mal auf ich habe leider kein messer mit hier hier haben wir den tod bitteschön so dreimal schimmernde legenden den crowd hatten wir ja bereits der kann weg ich löste übrigens auch nicht ein falls ich das jetzt jemand denke ich mache mir den spaß so sie könnte das wirklich eingeben falls er schon eingelöst ist dann von jemanden der vor euch da war so dreimal schimmernde legenden dann haben wir den pin wieder mit diesem plastik pinöpel daran bleibt auch der glas fisch heile und dann haben wir hier das maschetto was wieder total absolut in ordnung sogar hier drin ist müssen dann nur rankommen ja ein bisschen biegen geht dann geht das auch raus die werden ja irgendwann auch wieder gerade waren naja kleine macke aber ist okay so da haben wir einmal shadow schatten echo leger eine basis ein basis pokémon aus dem ablagestapel jedes spielers auf die bank seines besitzers und überraschungsangriff bei zeitlich keine auswirkung also ziemlich schwach das ding sonne mond 93 die promokarten ich finde es komisch dass nicht alle promokarten auf deutsch rauskommen weiß ich nicht was das soll falls ich mich irre könnt ihr mir das gerne sagen aber ich wüsste es nicht so dann haben wir den pin der sieht schon wieder sehr schick aus der sieht wirklich echt gut aus das ist schon geil das ist schon geil wie gesagt ein paar karten fehlen mir noch vielleicht habe ich ja das glück und zieh mal eine davon so die code 1 2 3 4 1 2 feli lu zur gold wird die wort zu sex psycho energie bogelein irokex golgantes doppel farblose energie in reverse aber ich glaube die habe ich und scheimen in holo die habe ich aber auch schon irgendwo feli lu tyra croc pikachu rettern fehlenergie fuego der ein feuerball aus einem schritt feuert gut muss jeder wissen pokémon fänger super anziehungskraft kripp book sechrom in reverse ist sehr gut ich hoffe dass ich die noch nicht hatte 1 2 reverse holoware hatte ich aber ich hoffe dass ich die noch nicht hatte 1 2 reverse holoware hatte ich aber ich hoffe dass es nicht sehkommen war sonst habe ich die doppelt das wäre schade und dahinter reitschuh in gx habe ich zwar schon war die erste gx die ich hier gezogen hatte noch in der box mächtiger funke 20 mal mehr der anzahl an der pokémon angelegten elektro energie karten und donner macht sich 30 selbst und volt schweif gx 120 und der gegner ist paralysiert kann also im nächsten zug nicht angreifen es sei denn natürlich er wechselt aus oder heilt aber trotzdem gut eine reverse holoware das schick und eine gx in drei boostern absolut okay in einer deluxe box hoffentlich hatte ich die noch nicht wenn es ist schade aber trotzdem eine solide ausbeute wäre ich nicht vorher schon mal so süchtig gewesen so das ist das was wir sind obwohl der auch noch der auch noch dass das was wir bekommen haben ja das was ihr jetzt bekommen habt ist auch vorbei ich bedanke mich fürs einstellen fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten video wieder ein paar sachen sind noch offen seid gespannt die sind jetzt stimmt die sind eigentlich zu ein paar sachen sind noch geschlossen und die sehen wir beim nächsten mal teilweise bis dahin und tschüss hennats